Zwei Kehrzellerinnen und eine Fuldaerin wollen die Miss Osthessen des Winters 2021-2022 werden. Im Finale stehen die 20-jährige Lara Nusspatsch, die 22-jährige Laura Hillenbrandt und die 19-jährige Alia Spielmann. Vor dem großen Final-Voting steht ein Shooting bei Fotograf Sally Oster auf dem Programm. Hier können sich die Kandidatinnen richtig ins Szeneset fahren. Nach einer kurzen Begrüßung und Vorstellungsrunde gibt es noch Tipps vom Profifotografen. Und dann geht es auch schon los. Nach einem kurzen Interview stellt Oster einige Aufgaben. Mimik und Körperspannung werden auf den Prüfstand gestellt. Lächeln Traurig sein Hütend Emotional Ängstlich Freude Erschrocken Sehr gut Die Körperspannung noch mal ein bisschen Für sie eben Genau, sehr gut Lächeln Traurig sein Hütend Emotional Ängstlich Freude Freude Und erschrocken Ja, okay, sehr gut Jetzt machst du noch mal genau das gleiche mit der Körperspannung, was du eben hattest. Einmal so hoch und die Hüfte raus Genau Perfekt Und dann auch noch mal so Lächeln Lächeln Traurig sein Wütend Emotional Ängstlich Freude Jawohl Dann erschrocken Okay, jetzt kannst du das mit der Körperspannung machen. Richtig schön präsentieren Okay Und auch ein kurzer Walk zur Musik darf nicht fehlen. Die Nervosität hat sich schnell gelegt, die Stimmung ist locker, hier haben alle Beteiligten Viel Spaß In zwei unterschiedlichen Outfits posieren die drei jungen Frauen vor der Kamera. Die Klamotten haben sie selbst ausgesucht. Ein Ausgehoutfit und eine sportliche Kombination sollten es sein. Jetzt sind wieder die Leser und die Jury gefragt, die Abstimmung startet demnächst. 90 Prozent des Votings fließen in das Endergebnis ein. Die Jury packt auf eine Kandidatin noch mal 10 Prozent obendrauf. Und dann steht sie fest, die Miss Osthessen des Winters 2021-2022. Das ist positiv und es kommt immer positiv rüber. So, dann machen wir mal ein bisschen weiter.